Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe wieder ein neues Lowlight Test Video von einem Zuschauer zugeschickt bekommen und zwar von der CatShow89. Ich verlinke euch seinen Kanal wieder mal hier oben und schauen wir es uns einfach mal an. Es ist von der HDC SD90 von Panasonic. Also einfach mal Play. So, das dazu. Ich hoffe, das hat euch auch wieder ein bisschen weitergeholfen. Also dann, tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.